Dann hallo zusammen und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 28. Spieltag in der Regionalliga Nordost und dem Spiel unseres FC Rot-Weiß Erfurt beim SV Babelsberg. Am Sonntag, den 7. April, sind wir um 13 Uhr im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion zu Gast. Das Ganze mit 400 bis 600 Gästen aus Erfurt. Herzlich willkommen natürlich den Pressevertretern und auch den beiden Herren an meiner Seite, Fabian Gerber, unser Cheftrainer und unser Innenverteidiger und Winterneuzugang Maxim Awuja. Und Fabian, wie immer startest du mit der personellen Situation für Sonntag. Ja und wie immer erstmal hallo in die Runde, hallo in die Endgeräte. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, die Situation sieht immer besser aus. Ich sag mal Anfang der Woche nicht so gut, waren noch viele angeschlagen. Gesundheitlich, die jetzt aber heute, die meisten zumindest heute wieder zurückgekehrt, sind ins Mannschaftstraining, was erfreulich ist. Aber gleichzeitig natürlich auch klar ist, dass sie bis Sonntag nicht 100% genesen sind oder fit sind. Deswegen müssen wir da nochmal schauen, wie die jetzt heute die Einheit bzw. morgen das Abschlusstraining dann nochmal verkraften, um dann endgültig zu wissen, wer dann auch Sonntag fit genug ist, um dann in Babelsberg auf dem Platz zu stehen. Ansonsten, die Langzeitverletzten kommen auch langsam zurück. Robby, wie gesagt, macht Fortschritte mit Snoopy im Individualtraining. Robin Fabinski ist seit dieser Woche im Individualtraining, was sehr erfreulich ist, auch nach seiner langen Verletzungen und Reha-Zeit, dass er da wieder bei der Mannschaft zumindest dabei ist. Auch Keljano Tavares ist seit heute quasi das erste Mal auf dem Platz locker laufen gewesen. Ist auch erfreulich, ist jetzt auch doch eine lange Leidenszeit, die er jetzt quasi hinter sich hat. Und jetzt Gott sei Dank Lichtblicke sind, wenn man wieder bei der Mannschaft ist und wie er auf dem Platz steht. Da merkt man dann, geht das Herz auf. Die Jungs freuen sich einfach extrem, dann wieder dabei zu sein und einfach diesen Kontakt zur Mannschaft wieder zu haben. Genau, das sind, glaube ich, die Jungs, die wie gesagt länger draußen waren. Und die anderen sind ganz normal weiter im Aufbautraining bzw. führen wir Stück für Stück dann wieder ans Teamtraining heran. Ja, dann zu unserem kommenden Gegner. Das Hinspiel hier in Erfurt war ja ein hochemotionales. Am Ende hat er Babelsberg mit einem 1 zu 0 drei Punkte hier entführen können. Dürfen wir uns denn wieder auf so ein heißes Duell freuen am Sonntag? Ja, die Duelle sind immer heiß. Gerade in der Reginali im Nordost, glaube ich, gibt es keine Freundschaftsspiele, sondern wir sind immer hart umkämpft und da will auch jeder gewinnen. Es ist natürlich auch viel Prestige dabei, viel Tradition dabei, was unglaublich schön ist und das Ganze natürlich noch attraktiver und spannender macht. Und so wird es auch am Sonntag in Babelsberg aussehen. Ich denke, das wird ein enges Spiel. Wir werden zwei Mannschaften um jeden Zentimeter natürlich fighten. Wir kennen alle Babelsberg nicht nur aus dem Hinspiel, sondern auch aus der letzten Saison schon. Es hat sich bei ihnen nicht viel geändert, auch von der Spielanlage her nicht. Sie sind immer gefährlich. Sie haben Jungs mit einer Menge Erfahrung in ihren Reihen, sind sehr clever, sehr abgezockt. Sie wissen genau, wann ziehe ich mal einen Foul, wann benehme ich den Kontaktdanken an, wie beeinflusse ich vielleicht mal auch den Schiedsrichter. Das ist einfach eine gewisse Erfahrung, die du bekommst mit den Jahren und auch mit dem Alter. Es sind wie gesagt viele ausgewurfte Jungs dabei, was sie dann auch Woche für Woche zeigen und was sie gefährlich macht, was sie stark macht. Stehen auch zu Recht weiter oben in der Tabelle und sind Jahr für Jahr einfach eine gute Mannschaft, solide Mannschaft mit guten, erfahrenen Einzelspielern, wie ich eben gesagt habe. Von da wird es ein heißer Tanz, wird eine enge Kiste, aber wir freuen uns drauf auf solche Duelle und wollen uns natürlich dort gut präsentieren und mit dem Erfolgserlebnis zurück nach Erfurt kehren. Vielen Dank, dann Maxim auch dir nochmal. Herzlich willkommen, nicht nur auf der Pressekonferenz, sondern auch in Erfurt. Du bist jetzt seit einigen Wochen bei uns. Wie waren denn deine ersten Tage und wie hat das Team dich denn aufgenommen? Also auch erstmal Hallo in die Runde. Ja, die ersten Tage waren sehr gut, sehr schön würde ich mal sagen. Klar, es ist immer, sag ich mal, schwierig, wenn du als Neuzugang zu einer neuen Mannschaft dazustößt und klar, man fragt sich immer, was erwartet einen. Und ja, die Teamkollegen haben mich alle super aufgenommen, aber auch gleich am ersten Tag mit dem Snoopy individuell quasi meine Übungen gemacht. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass ich hier bin. Ja, du sagst schon, bist mit Snoopy ins Individualtraining gestartet und inzwischen jetzt im Mannschaftstraining. Wie fit fühlst du dich denn aktuell? Klar, also erstmal das Wichtigste ist jetzt, dass keine muskulären Probleme weiter auf mich zukommen. Und ja, also 100% ist logischerweise nicht drinnen bei mir. Aber ich würde halt sagen, dass, klar, wenn man prozedural irgendwas ausmerzen würde, dann zwischen 85 und 90%. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass nach den, ja, nach den Trainingstagen, dass man, dass keine weiteren Beschwerden dazu kamen. Genau, das war ja immer quasi mein Problem in der Zukunft. Aber ja, wie gesagt, das 100% bin ich halt noch nicht. Verlangt, glaube ich, auch keiner von mir. Ist auch noch nicht möglich, aber auf jeden Fall in den Trainingstagen versuche ich halt immer das Beste rauszuholen. Und dann, klar, am Ende des Tages ist es ja immer so, dass du weißt, dass Trainingstage und individuelles Training nicht immer dasselbe ist. Deswegen ist es immer so wichtig, dass man halt Tag für Tag halt sich anpasst. Man ist ja auch immer mit dem Staff immer im Austausch, damit man jetzt nichts überstürzt. Dann vielen Dank auch dir und dann, liebe Pressevertreter, kommen wir zu euren Fragen an die beiden. Und den Anfang macht Christian Fischer für Bild Thüringen. Ich hätte an Maxime eine Frage. Du hast eigentlich die Bilderbuchkarriere hingelegt, Bayern München, Stuttgart, Nationalmannschaft. Vielleicht kannst du mal erklären, wann kam der Knick, warum kam der Knick, warum ist es jetzt, wie es jetzt ist? Ja, wie du eben gesagt hast, klar, man hat halt, sag ich mal, eine Karriere gehabt, was man, oder was jeder sich so wünscht. Aber, ja klar, wie ich schon auch vorhin gesagt habe, leider haben ich Verletzungen halt verfolgt. Genau, 2020, immer noch in der Corona-Zeit, im zweiten Mannschaftstraining, habe ich mit der Achillesshinde gerissen. Genau, und, ja, dann war ich, glaube ich, wieder Anfang Dezember, sowas, wieder Mannschaftstraining. Dann kam natürlich gleich wieder die muskuläre Verletzung mit Faserriss und alles drum dran. Und, ja, ich denke mal, es ist immer so, dass, wenn du dich eigentlich sicher fühlst, dann fällst du eigentlich immer wieder nach hinten mit kleinen Blessuren. Und das waren halt leider meine Probleme, sag ich mal, in den letzten Jahren. Genau, und das ist auch, glaube ich, auch der Grund, warum ich jetzt auch ein bisschen später dazu kam, sag ich mal, zur Mannschaft. Genau, weil ich einfach nochmal individuell nochmal an meinen Sachen arbeiten wollte. Und, genau, deswegen denke ich mal, es war am Ende des Tages eine gute Idee. Genau, weil man auch schon gemerkt hat, dass ich eigentlich viel weiter bin, als ich gedacht habe. Aber, trotzdem Geduld, man ist ja immer in Austausch und, ja, klar, deswegen, man wünscht sich ja natürlich immer einen Weg. Fußballer sind ja ehrgeizig, versuchen ja immer, das Bestmögliche zu erreichen. Aber am Ende des Tages gibt es ja manchmal so welche Wege und ich bin so ein Mensch, bin immer motiviert. Klar, es gibt immer traurige Momente. Natürlich gibt es immer schwierige Momente, aber man versucht immer weiterzumachen. Und ich bin auch so als Typ, dass ich halt immer nie, also, dass ich nie aufgebe. Jetzt bist du in Erfurt, ist, erste Frage, ist das für dich jetzt ein kompletter Neuanfang? Zweite Frage, du hast hier doch relativ lange unterschrieben. In Erfurt tauchen ja immer mal außergewöhnliche Fußballer auf, die dann, sag ich jetzt mal, nicht ganz so lange bleiben. Oder halt auch nur kurzfristig hier mal eine Lösung sehen oder mal aushelfen. Das soll jetzt nicht negativ klingen. Was hast du dir hier vorgenommen in Erfurt? Ist das für dich vielleicht auch ein Schritt in der Karriere, der wieder nach oben gehen soll? Oder fokussierst du jetzt erst mal deinen Blick nur auf Erfurt? Also, ich glaube, das Erste, äh, das Erste, was wichtig ist, dass ich gesund bleibe. Das ist definitiv das Wichtigste. Und dann, ja, und dann schaut man einfach mal, man weiß ja nie, im Fußball geht ja, geht ja relativ schnell, sag ich mal so. Aber ich habe da keinen Stress, habe auch jetzt kein Ziel, sag ich mal, wo es jetzt mal hingehen sollte oder wo nicht. Genau, deswegen ist jetzt erst mal Konzentration Erfurt. Versuche hier, mich, also, wieder fit zu sein. Versuche auch, meine Erfahrungen reinzubringen. Und, genau, und dann am Ende des Tages ist halt, sag ich mal, wichtig, dass man einfach seine Leistung bringt, dass man einfach mannschaftsdienstlich quasi auf dem Platz steht. Und, ja, das ist, sag ich mal, erst mal das Auskriegende bei mir. Ich gleich mal eine Frage an Fabian. Das könnte ein ganz entscheidender Schlüssel fürs nächste Jahr sein. Maxime, ganz, ganz, ganz wichtiger Posten. War das auch deine Intention bei der Verpflichtung? Ja, absolut. Maxime war quasi im Vorgriff auf die nächste Saison schon. Wir haben ja, was er auch gesagt hat, wir waren ständig im Austausch. Ich wusste ja auch um seine Vergangenheit, auch um seine Verletzungshistorie, die, ja, schon nicht ohne ist. Und deswegen auch immer gesagt, wir geben dir alle Zeit der Welt, fit zu werden. Was er sagt, ist das Wichtigste, fit zu sein, gesund zu sein. Dann kam er hier nach Erfurt, hat er auch erwähnt, wirklich schon im sehr, sehr guten Zustand. War sehr fleißig in der Reha vor. Also war weiter, wie wir alle erwartet haben. Wahrscheinlich er selber auch, dass er natürlich noch nicht bei 100 Prozent ist. Es ist klar, du brauchst dieses Mannschaftstraining, um dann auch wirklich dann dahin zu kommen. Im Reha-Training oder im Rural-Training ist das eine. Aber du brauchst dann auch mal über Wochen Mannschaftstraining, um dann wirklich da wieder an diese 100 Prozent zu kommen. Da ist er auf einem sehr, sehr guten Weg. Und man sieht auch jetzt schon in den Einheiten, dass er, ja, eine Riesenstütze ist. Und es ist einfach enorme, innere Qualität mitbringt. Nicht nur seine Erfahrungen, die er jetzt auch gemacht hat bei verschiedenen Vereinen oder auch durch Verletzungen, die einen dann reifer machen lässt, sondern einfach die Art und Weise. So einen Typen haben wir gesucht. So einen Typen brauchen wir, der auch da wirklich Verantwortung und Platz übernimmt. Der viel redet, viel coacht, einfach diese Präsenz hat, diese Ausstrahlung hat. Und das sieht man jetzt schon in den ersten Wochen, wo er bei uns ist. Und das, wie gesagt, wird von Woche zu Woche besser durch die Fitness. Da sieht man auch, dass er da wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Und ja, also er wird definitiv nächstes Jahr, deswegen haben wir den Vertrag ja auch dann so gestaltet. Weil wir wussten, dass es dieses Jahr, ja, ein bisschen dauert, bis wir ihn da hinkriegen an die 100 Prozent. Aber dass wir dann hoffentlich bei gutem Training und guter Behandlung und so weiter dann nächstes Jahr einen Top-Spieler haben. Und das sieht, wie gesagt, sehr, sehr gut aus. Und bin absolut überzeugt, dass er nächstes Jahr für uns auch ein Schlüsselspieler werden wird. Und das heißt, ein Einsatz noch diese Saison ist jetzt ausgeschlossen oder ist das noch möglich? Das ist durchaus möglich. Wir sind ja auch im Austausch Woche für Woche. Am Anfang habe ich gedacht, es wird eng. Aber wie gesagt, er kam in schon wirklich guten Zustand zu uns. Und die letzten Wochen im Mannschaftstraining hat er enorme Fortschritte gemacht. Wie eben gesagt, von der Fitness und aber auch vom Gefühl wieder. Weil du brauchst ja auch einen gewissen Rhythmus wieder reinkommen. Und am Anfang fühlt sich, man kennt das ja auch als Spieler, am Anfang fühlt sich dann alles so ein bisschen fremd an wieder. Nach einer längeren Pause der Ball oder auch die Abläufe, die Wege, die Abstimmung mit den Mitspielern. Und ja, aber wie gesagt, er ist ein Spieler, der schon lange dabei ist. Ja, unheimliches Talent, unheimliche Qualitäten mit sich bringt. Und dadurch geht das Ganze dann auch schneller, Gott sei Dank. Und er ist in einem guten Zustand. Und ich bin mir sicher, dass wir auch diese Saison noch Freude an ihm haben werden. Auch noch eine Frage an Maxim. Also du hoffst und glaubst auch, dass das noch in dieser Saison klappen könnte. Und im Training kannst du jetzt wirklich alles zu 100 Prozent mitmachen? Oder lässt du auch mal eine Übung aus? Oder wo stehst du da? Also bisher mache ich jetzt alles mit. Genau, bin ganz normal im Mannschaftstraining. Das Wichtigste ist immer, dass man ausstausch ist. Genau, dass man, klar, das sind wir immer, um zu schauen, wie ich mich fühle und alles drum dran. Wie schon, oder wie es jetzt schon mehrmals erwähnt wurde, bin ich auf jeden Fall in einem guten körperlichen Zustand. Genau, und ja, das ist, sag ich mal, erst mal das Wichtigste. Fitness, darum geht es, sag ich mal, und natürlich die Gesundheit. Aber mittlerweile mache ich alles mit. Und, ja, hoffen wir, dass es einfach so weiter bleibt, dass man, dass jetzt kein Rückfall kommt. Aber, wie gesagt, man ist immer im Austausch. Ich kenne langsam ja auch meinen Körper in der Richtung. Ich habe ja auch jetzt die Erfahrung. Und, ja, wie Coach eben gesagt hat, mit Verletzungen wird man auf jeden Fall erfahrener. Und deswegen passt soweit alles. Noch eine letzte Frage zu Maxin. Aber an Fabian. Wie beredet man einen Spieler auf dem Level, wo er war, nach Erfurt zu kommen? Ja, da können ja, wie gesagt, immer mehrere Seiten dazu. Ich habe ihn, ja, man kennt ihn ja auch aus Vergangenheit. Ich bin ja da auch gut vernetzt, Gott sei Dank, im Fußballgeschäft. Und dann kriegt man auch mal vielleicht einen Tipp oder einen Hinweis. Oder natürlich selber eine große Datenbank voller Spieler, die für einen interessant sein könnten oder werden könnten irgendwann vielleicht mal. Und dazu gehört er auch. Man verfolgt das. Und, ja, über seine Qualitäten, glaube ich, haben wir schon gesprochen. Da brauchen wir nicht drüber reden, dass sie, wie gesagt, sehr, sehr gut sind. Und wenn er, bin ich überzeugt, wenn er nicht diese Verletzungen, schwereren Verletzungen, sind ja jetzt keine Kleinigkeiten, die er hatte, sondern waren ja auch schwerere Sachen dabei. Wenn er die nicht gehabt hätte, glaube ich, dann würde er jetzt nicht hier sitzen oder dann wäre für uns nicht realisierbar gewesen. Ja, war bei Kani vielleicht ein ähnlicher Fall damals, wo er schwere Verletzungen hatte, lange raus war. Und wir ihm die Chance dann gegeben haben, wieder gesund zu werden, fit zu werden, sich wieder auch zu präsentieren, sich wie ein Schaufenster zu stellen. Und, ja, und deswegen gehören da zwei Seiten dazu. Maxim war auch sofort bereit, hat gesagt, Mensch, höre ich mir an, ist super interessant. Erfurt kennt man ja auch, logischerweise ein toller Verein, Tradition, auch tollen Namen. Ich glaube, man kriegt auch über die Grenzen hinaus mittlerweile mit, dass wir dabei sind, hier was Tolles aufzubauen und dass das hier alles in die richtige Richtung geht und auch für Spieler ein sehr interessanter Ort ist, um, ja, wir Spaß zu haben, sich weiterzuentwickeln, sich zu präsentieren, was ich eben gesagt habe. Und das hat Maxim Gott sei Dank genauso gesehen, hat gesagt, Mensch, das hört sich gut an, habe ich Bock drauf. Ich habe einen Trainer, der mich versteht, der mir auch die Zeit gibt, mit der Verletzung einfach jetzt mal an meinen Defiziten zu arbeiten, wieder in Ruhe gesund zu werden, ohne dass ich als Trainer ihm dann Druck mache und sage, wir brauchen nicht nächste Woche, wir brauchen nicht in zwei Wochen. Und dann jagt man Spieler wieder vielleicht in die gleiche Verletzung rein oder eine andere Verletzung. Und glaube ich, das wissen die Jungs auch, dass sie hier in Erfurt ein gutes Pflaster haben, eine gute Base vorfinden, wo man sich in Ruhe ohne Druck auch wieder fit machen kann, sich weiterentwickeln kann, um sich dann wieder für vielleicht auch höhere Aufgaben zu zeigen und zu präsentieren. Und das ist einfach so der Weg, der bei uns auch so gegangen werden muss, auch teilweise. Und ja, wie gesagt, es waren von Anfang an sehr, sehr gute Gespräche mit ihm, sehr offene Gespräche und konnten ihn dann auch schnell davon überzeugen, dass Erfurt für ihn, ja, eine sehr gute Adresse ist. Und mal noch eine ganz andere Frage, wie geht es Malko und Badu? Dem geht es gut, soweit. Ist ja jetzt auch schon wieder länger zu Hause, ist noch krankgeschrieben. Ja, wird immer noch mal kontrolliert und aber ihm geht es hervorragend so, er merkt nichts. Also alles ganz normal, wie vorher auch. Und genau, das wird halt weiter noch beobachtet, aber sollte jetzt, denke ich, nächste Woche dann wieder zu uns kommen und dann halt, ja, mit leichten Training logischerweise, dann erstmal mit leichten Belastungen, das heißt erstmal dann Fahrrad fahren und dann, wenn alles gut ist, dann Lauftraining und so weiter, dann einsteigen, wieder die Belastung zu steigern, aber ihm geht es soweit jetzt gut. Über Maxime haben wir gerade gesprochen, soll eine tragende Säule in der kommenden Saison werden. Andererseits laufen ja sehr viele Verträge aus, 14 Verträge laufen aus. Wie ist da der Stand der Dinge? Elba, mit ihm seid ihr euch nicht einig geworden, habe ich mal Bild gelesen. Wie ist da der Stand der Dinge? Genau, der Stand der Dinge ist, dass wir mit dem einen oder anderen schon in Gesprächen sind, mit dem einen oder anderen noch die Gespräche starten werden. Die Jungs wissen auch Bescheid, dass es auch Stück für Stück geschieht, hat auch den Hintergrund oder warum wir bis jetzt noch nicht mit allen sprechen konnten, hat ganz einfach den Hintergrund, dass man noch nicht zu 100 Prozent die neue Saison planen kann, weil wir einfach immer noch wirtschaftlich gesehen ein sehr bescheidener Verein sind in dieser Liga, was viele immer noch nicht glauben oder nicht hören können. Aber es ist nun mal so und der Etat wird sich zur neuen Saison ja nicht verändern. Im Gegenteil, vielleicht muss da auf der einen oder anderen Stellschraube sogar noch mal ein bisschen kürzer getreten werden. Und ja, das macht natürlich die Arbeit nicht so einfach, auch die Vertragsgespräche nicht so einfach, weil natürlich Leistungsträger gerne mindestens das Gleiche hätten wie bisher, wenn nicht sogar ein bisschen mehr verdienen wollen. Das ist in unserer schwierigen wirtschaftlichen Situation leider nicht möglich. Und deswegen macht es natürlich die Situation oder die Gespräche ja nicht einfacher, auch mit potenziellen Neuzugängen. Auch mittlerweile die guten Jungs in der vierten Liga, die haben ordentliche Vorstellungen, die wir meistens hier in Erfurt nicht erfüllen können. Und deswegen wird sich das auch dementsprechend noch ein bisschen ziehen. Wir wissen um die Situation, wir wissen, dass viele Spieler, also Verträge auslaufen. Wir würden natürlich auch mit vielen gerne verlängern, müssen aber, wie gesagt, da einfach abwarten, wie der Etat zur neuen Saison aussieht, was noch kommt. Ein paar Sponsoren springen ab, ein paar Sponsoren kommen dazu. Strafen stehen noch aus. Das ist auch kein Geheimnis, die uns extrem wehtun, auch im Hinblick für die Planung für die neue Saison. Also da sind noch ein paar Fragezeichen, die erstmal beantwortet werden müssen, um dann wirklich auch ein bisschen Planungssicherheit zu haben, um dann auch den Jungs zu sagen, okay, das können wir machen oder das können wir nicht machen. Gut, dann sieht es so aus, als wären vorerst alle Fragen beantwortet. Dann auch heute wieder einen großen Dank an das Dublin Irish Pub hier in Erfurt, dass wir unsere Pressekonferenz vor dem Sonntagsspiel in Babelsberg hier abhalten durften. Wir freuen uns natürlich darauf, liebe Rot-Weiße, dass ihr uns zahlreich unterstützt in Potsdam und in allererster Linie startet mal gut ins Wochenende. Vielen Dank.